Musik Die Leitner AG ist Spezialist für Seilbahntechnik und weltweit einer der Marktführer. Bei der Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Wifi. Die Zusammenarbeit mit dem Wifi funktioniert sehr gut und läuft auch sehr gut. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit dem Wifi zusammen. Wifi ist für uns ein professioneller Anbieter, der sehr gut organisiert ist und sehr flexibel agiert. Das heißt, wir können sowohl kurzfristig, wenn Bedarf ist, Schulungen organisieren, wir können aber auch langfristig vorausschauen und unsere Bildungspläne mit dem Wifi gemeinsam ausarbeiten. Sehr geschätzt wird hier das FIT-Programm. Beim firmeninternen Training werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt am Standort geschult. Durch die Vorortschulungen ergeben sich für das Unternehmen mehrere Vorteile. Also wir können durch die firmeninternen Veranstaltungen maßgeschneiderte Kurse bauen, die wir sozusagen auf die örtlichen Gegebenheiten zuschneiden. Der Vorteil ist der, dass wir eben vor Ort die Prüfung machen können. Das heißt, der praktische Teil ist ganz speziell zugespitzt auf den Betrieb. Und der wesentliche Vorteil ist sicher auch der, dass vom zeitlichen Aufwand her die Mitarbeiter eigentlich mehr oder weniger im Betrieb in den ersten Stock heraufkommen und den Kurs machen und dann gleich wieder weitermachen können. So werden zum Beispiel beim Staplerkurs die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den firmeneigenen Geräten geschult. Der große Pool an weiblichen und männlichen Experten und Trainern garantiert die hohe Qualität der Schulungen. Ich finde es halt bei der Wifi ist halt gut, dass die Kursleiter halt nicht alles nicht nur Diuretiker sind, sondern auch meistens vom Fach sind, irgendwo selber in Betriebe arbeiten und halt Praktiker sind im Endeffekt. Die Ziele der Qualifizierungsmaßnahmen bestimmt das Unternehmen. Die professionelle Umsetzung entwickelt und organisiert das Wifi. Also unser Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren mit dem Wifi zusammen. Früher waren es vielleicht mehr individuelle Kurse für einzelne Mitarbeiter. Und aufgrund der Zufriedenheit, die wir da festgestellt haben, haben wir die Zusammenarbeit mit unserem Wachstum einfach auch intensiviert und können mittlerweile größere Veranstaltungen, auch Gruppenkurse hier am Standort organisieren. Wir machen sehr viele auch fachspezifische Kurse im Haus, technische Schulungen, Arbeitssicherheitstechnische Themen, viele Zertifikate, die Mitarbeiter benötigen, damit sie ihre Arbeit bei uns durchführen können, werden gemeinsam mit dem Wifi organisiert. Das Firmentraining FIT ist spezialisiert auf den maßgeschneiderten praxisnahen Wissenstransfer für Unternehmen aller Größen. Informieren auch Sie sich unter www.wifi.at إلى www.wifi.at Untertitelung des ZDF, 2020